Die Firma Alpha Training ist ein Bildungsanbieter. Wir führen Seminare durch, aber heute auf der CeBIT wollen wir unser Videokonferenzsystem darstellen, eine Selbstentwicklung für den eigenen Bedarf. Wir können lebenssynchron in Fernsehqualität mit 50 Menschen gleichzeitig reden, kommunizieren. Die Mimik und die Gestik spielen in der Kommunikation eine wichtige Rolle. Und das geht nur, wenn die Systeme stabil und lebenssynchron auch das Signal liefern. Es gibt die Möglichkeit, dieses System auf unserer Webseite auszuprobieren, einen Konferenzraum kostenfrei zu testen und in den nächsten Monaten werden wir ein Gebührenmodell aufstellen, so dass die Wirtschaft, die Unternehmen, die Hochschulen und viele Institutionen mit dieser Software mit AlphaView kommunizieren können. Wir Mitarbeiter setzen AlphaView bei uns im Unternehmen als Kommunikationsplattform ein und sind hellauf begeistert, dass wir mit allen unseren Kollegen von 40 Standorten täglich miteinander sympathisch kommunizieren können. Wir sehen uns alle, wir hören uns alle, wir sind nur ein Mausklick voneinander entfernt, wenn man jemand mal gezielt kontaktieren will. Wir genießen das einfach und wir sind sehr traurig, wenn das plötzlich mal nicht funktionieren sollte und wir unsere Kollegen nicht sehen. Es ist ein tolles Feeling und eine tolle Kommunikation bei uns im Haus. Wir möchten nun unsere Kommunikationssoftware AlphaView global anbieten mit dem Ziel, perspektivisch Unternehmen, Universitäten und Volkshochschulen zu vernetzen. Neben der Seminare, die wir anbieten, ab sofort weltweit, nicht nur deutschlandweit, jetzt auch die Konferenzsoftware zur Verfügung stellen wollen, werden wir dann im nächsten Jahr noch einen Marktplatz aufbauen, so dass Dritte nicht nur die Konferenzräume nutzen können, sondern ihre eigenen Seminare auf diesem Marktplatz abbilden können bei Nutzung dieser Videokonferenzsoftware und wir übernehmen mit das Marketing, die Darstellung über unsere Plattform. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.